Hallo, da sind wir wieder. Mit König Karl Arsch. Nein, nicht König Karl Arsch. Nein, Pitdingenskirchen. Pitdingenskirchen. Wie auch immer, ja. Und Pitdingenskirchen wird jetzt den Brunnen heruntergehen. Genau, denn wir haben ja unseren schicken Gürtel, der uns dabei hilft, nicht. In acht Stücke zu zerbrechen. Den Fluggürtel, ja, den haben wir wieder ganz vergessen. Siehst du? Aha. Wusch. Und jetzt, ja, da ist er. Wow. Ja, gut, dass wir ihn haben, weil sonst hätten wir wahrscheinlich nicht. Oh, guck mal hier. Wie ich das wieder liebe. Dunkelrot oder kackbraun auf kackbraun liegt da ein Red Circle rum. Ohne Scheiße, ich dachte, das war ein Stein. Das war jetzt per Zufall, dass ich das gesehen habe. Ja, ich habe es auch gesehen und wollte ich auch darauf hinweisen und dachte, das könnte irgendwas sein. Als Erfahrene. Das ist so fies, das erinnert mich an ganz viele andere Adventures. Das ist so ätzend. Als Erfahrene Adventure-Spielerin, ja, ja. Ja, aber du, das ist trotzdem immer fies. So, du kannst das ganz, du kannst dieses komische, seltsame Münstings aus der feuchten Erde des Flussufers pflücken. Es ist überdeckt mit, was ist Mack, keine Ahnung, einer Generation. Mist. Aber es ist immer noch ziemlich wertvoll. Na gut. Okay. Mack? Ah, okay. Ja, weißt du es auch nicht. Nö, weißt du auch nicht. Und jetzt, äh... Ist auch geil. Walk cross cave floor. Soll ich mal probieren? Ähm, ja. The river, achso, der, der, ähm, Fluss ist zwar, ähm, bewegt sich sehr langsam auf der Oberfläche, aber, äh, äh, etwas tiefer ist der ganz schön, also ist die Strömung sehr stark. Ja. Du bezweifelst, dass du dagegen anschwimmen könntest, ähm, nicht mal lang genug, um, also nicht lang genug gegen anschwimmen könntest, um es zum anderen Ufer zu schaffen. Macht aber nichts. Wir sind doch ein Schifter. Wir sind ja ein Schifter. Ja. Ja, und ein Bär würde wahrscheinlich auch nicht, aber eine Robbe doch wohl, ne? Juhu, juhu. Ja. Oink, 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 oink. Ja, jetzt bin ich echt neugierig. Jetzt wird er niedlich. Oh. Ach, das ist ja blau auf grün, da sieht man ja nichts. Ach, süß. Sieh gar nichts. Na, hoffentlich, wenn du es hochgeladen hast. Swim to shore. Ich sagen. Oh, ich hab da nichts gesehen. Oh. Oh. Oh, Moment. Äh, ich muss eben pausieren. Okay. So, da bin ich wieder ein kurzes Telefonat, aber ihr habt nichts mitbekommen. Nein, das macht ja auch nichts. So, dann geh doch mal da zu dem, was ist das? Trapfloor und... Ja, eine Falltür und da ist noch so ein Gitter. Da leuchtet das. Geh mal da hin. Ich weiß es nicht. Wie die Motten. Wie die Motten. Männer umschwirm ich wie Motten um das Licht. Dieser Teil der Mauer glüht mit einem magischen grünen Licht. Es sieht so aus wie eine Zauberspruchbarriere, die irgendwie versteckt ist hinter dem, hinter oder in dem, in der Mauer. Ja, wie auch immer. Ich bin verwirrt. Aber ich bin von Zauberspruch immer verwirrt. Also irgendwas ist da faul. Mit anderen Worten. Ah, ja. Ja. Haben wir noch dieses Ding, womit wir Magie stehlen können? Weiß ich gar nicht. Soll ich das mal machen, einfach? Ja. Wenn du jetzt aber diese Magie von dem Wort, was immer das ist, absorbieren würdest, dann würde es nicht mehr funktionieren. Was würde es dir denn helfen? Ah, okay. Aha. Ich weiß nicht, ob ich da schon rein gehen soll. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, vielleicht kann man noch nach da schwimmen. Soll ich das erst mal probieren? Wo willst du hinschwimmen? Hier, nach links. Ob das geht. Also ich probiere das erst, bevor ich da runter gehe. Weil ich weiß nicht, wie wir da hochkommen. Weißt du? Ja, keine Ahnung. Ja. Okay, versuch es einfach mal. Ja. Und flusch. Das habe ich noch besser gesehen. Da, siehste. Ja. Ah, ja. Wusch. Aber da hätten sie viel mehr Mühe geben können. Ja, ja. Oh, Fiona, Dona. Tschüss. Jo, Majestie. Äh, euer Majestät. Euer Majestät. Hier unten. Ich bin ein sprechender Seehund. Hahaha. Was? Da. Wer ist denn da? Oh, mein Gott. Bist du ein Mann oder eine Bestie? Ein Biest? Ich bin ein Biest. Ja, so wie ein Biest ist das jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, Shuffle heißt damit nach. Ah, Pit Shuffle. Okay. Ich bin Pit Shuffle, der Wechsler. Oh. Danke, du bist gekommen. Als ich gesehen habe, dass du den Zauberer besiegt hast, war ich so glücklich. Danke dafür, dass du gekommen bist. Und danke, danke, danke. Ja, und danke vor allen Dingen, Karl, deinem Ehemann, weil du bist eine Frau, du kannst alleine nichts. Sag doch, du bist eine, scheiß nicht zu mir. Ein Einges. Prinzessin, Prinzessin, noch nicht. Und keine Zeit jetzt dafür, euer Majestät. Ich habe eine Frage. Oh, nee. Okay. Frag sie einfach alles. Ja. Frag oben runter. Ich habe ein paar Fragen. Ich korrigiere mich. Ja, nur eine. Ja. Was machst du eigentlich hier im Kerker? Naja, wie du willst. Nach dem Sieg über diesen Zauberer hat die Königin Mutter ziemlich klargestellt, dass sie die Monarchie haben will und ihren Sohn auf, ihren Sohn McMoran auf den Thron bringen will. Also so als, wie soll man es sagen, als so eine Art Strohpuppe oder so. Aber egal. Vielleicht wollen die mich sogar abmurksen. Vielleicht fürchten sie ihre Friesen gegen die, was auch immer meines Vaters, die Herrschaft meines Vaters. Ich weiß es nicht. Ich bin ja nur eine Prinzessin und auch noch so blond mit der Krone. Und deshalb bin ich jetzt ziemlich hilflos. Ja. Ja. Hilflos. Und wie? Ach. Ist der König am Leben? Ja. Wie kann ich ihn retten? Oink. Das weiß doch ich nicht. Sein Körper ist jedenfalls, sein Körper oder seine Leiche, das weiß ich nicht genau, ist in einer Kammer in den Katakompen. Aber seine Seele wurde im, äh, in der, haha, Sprit eben. Irgendwie musst du diesen Zauber brechen, äh, der ihn, äh, darin gefangen hält und den Körper wieder mit seiner Seele vereinigen. Das ist ja ganz einfach, oder? Das kannst du doch. Du bist der Einzelhund. Äh, oink. Was für Fallen liegen, äh, vor mir, wenn ich, äh, wenn ich den König retten möchte? Das ist eine gute Frage. Das Wiest der Dunkelheit, äh, versperrt den Weg zu Kellers, äh, Gefängnis. Aber es hat einen geheimen Namen, äh, mit dem es gezählt werden kann. Der einzige andere Weg, äh, es, äh, daran vorbeizukommen, ist mit ganz starker Magie. Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Wo, 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 woher weißt du denn das, sag mal? Ja, ich bin eine Prinzessin und ich heiße Alexander. Nein, ich heiße nicht Alexander. Das war eine Anstrengende. Tja. Was ist mit dir? Wie kann ich dich denn befreien? Ach, komm doch einfach zu mir reingekrochen. Also, kümmere dich gar nicht um mich. Ich bin nicht in Gefahr, momentan jedenfalls nicht. Rette erstmal den König. Ich bin ja so selbstlos, denn ich bin eine Prinzessin. Oh meine Güte, der, der, die Wache kommt. Flüchte schnell, schnell, schnell. Schwimm weg, bevor alles zu spät ist. Und verloren. Aber, aber ich hab doch noch eine Frage. Äh, scheiße. Oh. Oink, oink. Oh, können wir da, da war doch noch eine Frage, oder? Ja, ich glaub, da stand nur sowas wie Tschüss und, äh, danke für den Fisch und so. Okay. Na gut. Ja. Und, ähm, jetzt, ähm, müssen wir mal gucken, ähm, mit diesem Wort, was da ist, oder? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Was heißt denn das, äh, Wort überhaupt? Weiß ich nicht, da muss ich mal geschwinde nachgucken gehen. Ähm, okay. Ja, wir haben doch, aber wir haben doch auch noch diesen Kristallball und, äh, äh, ja, versuch mal in Vogue, das ist doch eine gute Idee. Also aktivieren heißt das ja, ne? Das haben wir gerade mal gelernt, dass das aktivieren heißt. So, was steht da jetzt? Ich guck mal gerade nach Wort. Ja, okay. Ähm, da ist ein, ein Blitz und ein Licht und, ähm, sie heulen seltsam, ähm, mit einer seltsamen, ähm, Geräusch heult das ganze Ding auf, äh, als, äh, die Wirklichkeit selbst, äh, sich verdreht. Oh! Durch die Kraft des Kristallballs und als dieses Geräusch und das Licht sich langsam wieder, ähm, verdünntieren oder verschwinden, genau, ähm, bricht der Ball in eine Million kleine Mini-Stücke. Nein. Welche ganz schnell, ähm, naja, schmelzen wie ein Eis in the Sunshine. Like ice in the sunshine, oh Gott. Ja, in, in, on a sunny day, also an einem warmen Tag, äh, und, ähm, es bleibt nichts davon zurück. Ich weiß nicht, ob das so, äh, ob das so vernünftig war. Das weiß ich auch nicht. Ein, 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 ähm, komischer Nebel, äh, steigt empor von diesen Splittern des Kristallballs und, ähm, es pulsiert ein wenig in grünen, seltsam grünem Licht. Und als das Licht wieder verschwindet, äh, verschwindet auch... Diese Abteilung. Oh! Die Abteilung. Die Abteilung. Ja, so diese Abteilung. Äh, also das war super. Ich weiß zwar nicht, wie jetzt, also lustig, einfach mal einen Ball anklicken und, äh, passt schon. Erinnert mich an Nuin. Ja, ein bisschen, ja. Was hast du denn da jetzt überhaupt für, was ist denn das jetzt hier? Ein Emerald. Und das im Inventar, was ist das? Das ist diese Karte, diese Map hier, die, äh, uns angezeigt hat, wie wir über diese Steine hopsen. Achso, okay. Gut. Und da liegt ein Smaragd. Na, dann nehm doch den mal mit. Ja. Uh. Aha, was? Äh, apprehensive, was? Was heißt das nächste Wort? Kann ich nicht lesen. Lost? Was? Lost, there still be some other trap? Äh, also nicht ganz sicher, ob da nicht noch irgendeine andere Falle oder irgendwas anderes, noch eine andere magische Abteilung ist. Äh, nimmst du erst mal diesen Smaragden von seinem Platz weg. So. Gut. Sandy kommentiert übrigens auch wieder mit. Ähm, okay. Hm. Hm. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss. Ja. Komm mal, auf Uhr. Vielleicht hätten wir auch warten sollen damit den, obwohl, ja, wir haben den jetzt genommen, das ist schon okay. Gut, ähm. Ich hoffe es. Bleib dran. Ja. Bis dann. Tschau. Tschau.